Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Let's Play Your Level Super Mario Bros. X. Heute spielen wir eine Web von Krieg Player und die nennt sich Dark Castle. Gefixt. Hallo DK. Nachdem meine erste Version nicht vorhanden war, danke Windows 8, schicke ich dir eine von drei verschiedenen Computern getestete Version meines Beitrags. Also von drei verschiedenen Computern getestete Version. Meine Herren, was ein Satz. Was gibt es zu meinem Level zu sagen? Ist schwer, ist länger als der Standard, den du normalerweise bekommst und bla bla bla. Ich glaube, das Level kann gut für dich selbst sprechen. Ich wünsche dir viel Spaß mit meinem Level und den Zuschauern auf YouTube. Viel Vergnügen beim Zuschauen. PS, Spiele mit alternativen Rennen, da manche Stellen sind es echt kaiserschwerwerden. Alternatives Rennen. Ich weiß nicht mal... Achso, das kann man, glaube ich, im Launcher einstellen. Ich weiß nicht mal, was alternatives Rennen machen würde. Deshalb lassen wir es einfach bleiben. Denn was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. So. Da, Castle. Und wir sind Cory Bee. Cory Bee. Kirby. Wupp, wupp, wupp. Na gut. Willkommen auf der Burg der Dunkelheit. Besucher sind unerwünscht. Vor allem allen, die Kirby heißen. Och, das ist ja gemein. Maxi Tomate. Oh Gott, ich bin nicht gewachsen. Okay. Eine Copy-Ability in SMBX wäre natürlich richtig cool. Ich bin mal gespannt. Zusätzlich zu diesem Beta-Level-Editor, von dem ich das letzte Mal gesprochen habe, wird auch eine neue Engine quasi kommen. Huch. Schrauben sind nützlich. Vielleicht verbirgt sich etwas Nützliches unter Ihnen. Nützlich. Ähm, ich bin mal gespannt, was mit dieser, das soll quasi eine komplett Super Mario Bros. X kompatible, das war super, kompatible Engine werden. Ähm, die allerdings nicht mehr auf Visual Basic basiert, wie es Super Mario Bros. X tut. Und, ähm, wow. Da bin ich echt mal gespannt, ob dann sowas vielleicht auch möglich sein wird in Zukunft. So kleine, super special Sachen. Ich mag übrigens den Remix gerade sehr gerne. Ach so. Ah, ich verstehe. Okay, gut. Hi. Das war blöd. Ich bin voll reingelatscht. Das war eine Verschwendung. Na okay. Ich weiß nur immer noch nicht, was es mit dem alternativen Rennen auf sich hat, muss ich ehrlich sagen. Das war... Ich hab gerade nicht mehr verstanden, was eigentlich genau passiert ist. Aber okay. Kein Problem. Gar kein Thema. Ist ja nichts Neues bei mir. So. Wuh. Kirby mit Spinjump, ey. Was würde mich halt echt mal interessieren, ob sowas dann mit der neuen Engine möglich ist. Mit Copy-Abilities in dem ganzen Pipapo. Hey, what'll do? So. Ne. Ne. Ah, ich kann sogar Feuerbälle werfen. Ist ja fast wie Copy-Ability. Nur eigentlich gar nicht. Wow. Okay. Aha. Not today. Ich mag den Remix wirklich sehr gerne. Das war schon gelungen. Ne? Okay. Oh, Waddle-Di. No, Waddle-Di dead. Ist das hier irgendwie gefährlich? Was ist das? Naja. Hello. Kann ich dich? Ja, kann ich. Moment, das ist ein Kirby-Generator. Kommt der wieder? Ne, doch kommt er. Äh, ist aber schwierig, das so zu erwischen, dass man rankommt. Egal. Ähm. Ah, ich verstehe. Hä? Okay. Waddle-Di sind stärker denn den je. Vermeide jeden direkten Kontakt. Waddle-Di? Sie wehren sich. Mein Gott. Ähm. Warum ist da unten lauter Zeug? Hä? Ach, das sind, das sind. Oh. Aha. Ähm. Die Stage hat sich verändert. Na gut. Und mit alternativen Rennen ist da gemeint, dass ich von einem Block aus rennen kann oder so? Keine Ahnung. Vielleicht war die Stelle da gemeint, weil das war ein bisschen knapp gemessen. Ah, ich weiß es nicht. Ähm. Ja, wenn ich jetzt fliegen könnte, ne? Ähm. Da hätte man eigentlich Link nehmen können, fällt mir gerade mal so ein, weil er ja eine Fähigkeit hat, mit der er sich in den Fehl verwenden kann und SMBX auch. Und da hätte man dann Kirby Sprite geben können oder so. Keine Ahnung. Jedenfalls kommt das Ding nicht mehr zurück. Ähm. Oh. Da hing das Spiel wieder kurz. Wow, die sind echt gar nicht beeindruckt. Kann man die überhaupt... Nee. Was mir jetzt ein bisschen Sorge macht, ist das das Ding, der nur wiederkommt. Huch. Ach so, weil es zu weit... Äh. Okay. Äh, voll in die Stacheln. Okay. Na, fein. Muss ich da spinjumpen oder kann ich da draufstehen? Okay. Gut, gut, gut. Wupp. Und, äh, das Sprite scheint auch nicht richtig zentriert zu sein. Das ist natürlich ein bisschen unpraktisch für einige genauere Sprünge. Da sieht man es relativ deutlich. Halt, da wäre eine Blume gewesen. No, Koibe. Koibe. Why you do this, Koibe? Äh, da unten lang? Okay. Ach, da ist eine Maxi-Tomate. Die möchte ich haben. Oder wie es in Epigiania heißt. Mega-Tomate. Ah, der Sprecher ist so klasse. Was? Hä? Ja. Hm, nee. Der hat mich definitiv nicht getroffen. Da erhebe ich Einspruch. Tut mir leid. Nope. Da muss ich leider widersprechen. Wie, ja. Vielleicht lag das auch echt an der verschobenen Hilfbox von Kirby. Das ist, äh, das hätte man ein bisschen besser zentrieren sollen. Das ist gerade bei einem Jump'n'Run, wo es ein bisschen präzisere Sprünge gibt. Äh. Nicht so gut. Ähm. Wo war die denn hier? Ich bin da jetzt... Ah. Okay. Das soll erstmal reichen. So. Ah. Ich hab's schon wieder vergessen. Mit dir. Und. Na komm. Äh, was? Okay. Ich kann mich gegen die Dinger, also nicht mit Sprünge zu wehersetzen. Na, von mir aus. Von mir aus. Es soll mir alles recht sein. Hey, Waddle, du? Waddle, du? Waddle. Ah. Pfff. Okay. Na gut, na gut, na gut. Von mir aus. Wuh. So. Ip. Doink. Schön. Ich gebe die Feuerblume. Please. Dankeschön. Nochmal da rein. Wow. Okay. Bist auch nicht sonderlich beeindruckt davon. Ach, das sind Bob-Boms. Ja, natürlich. Ist das Ding schon wieder darunter gefahren? Kann ich? Ja, das geht. Okay. Immerhin. Äh. So. Da unten sind Schlüssel. Bin ich mal gespannt, wie ich da rankommen werde. Ha, 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 ha. Nice. Ich warte mal nochmal kurz. Äh. Nee. Na, wenn ich das besser abfange, dann geht das schon. Wenn ich nicht hier reinspringe, bin ich ein Vollidiot. Nee. Nee, am Ende, am Ende, am Ende, äh, am Ende dieses Abschnitts. Gibt's ja auch nochmal. Eine Eisblume. Von daher. Und eine Meta-Bomate. Äh. Ach so. Mit nicht berühren meint sie man gar nicht berühren. Na gut. Ist der Kreisel jetzt? Nee. Der ist nicht da, ne? Kreisel? Wo kreiselst du rum? Hä? Seriously, wo ist der? Ah, da. Bonk. Aha. Das hätte ich nicht überleben sollen. Aber na gut, na gut. Ich beschwere mich nicht. So, da lein. Bup, biep, biep, biep. Und hepp. Ja, man sieht's relativ eindeutig, wie sich hier das Sprite nicht unbedingt konzentriert ist. Das war wahrscheinlich auch der Grund, warum ich vorhin von dem, von dem Cooper tatsächlich getroffen wurde. So, haha. Jetzt bin ich allmächtig. Plump. Uh, das ist ja lustig. Äh. Hoch mit euch. Das sieht irgendwie lustig aus. Wollte ich gerade mal anmerken. Okay. Wah. Weg damit. Meine Hitbox ist auch ein bisschen höher als mein Sprite. Was auch nicht so cool ist. Oh je. Ja, dann sieht man es. Hier kann ich nicht vorbei. Ja, das sind ein paar kleine Problemchen, die sich schnell zu großen Problemchen, äh, die schnell zu großen Problemchen ausarten. Hat es irgendeinen Grund, warum... Okay. Äh... Mal von mir aus. Schlüssel? Das ist kein Schlüssel. Das ist auch kein Schlüssel. Das ist auch kein Schlüssel. Ah, ich verstehe. Okay, ich verstehe. Na gut. Gut, dass ich meine Eisblume jetzt nochmal hab. Oh, eine Metamobarte. Schlüssel. Okay. Plump. Nice. Ups. Hey, Didi-Di-Di. Was? Du hier, ey. Ich meine, nun zeige ich dir, was wir hier zu bieten haben. Auf ihn, Jungs. Ähm. Kommt das überhaupt so hoch? Oh, what? Ähm. Ähm. Äh. Nee. Natürlich mal wieder kein Checkpoint vom Boss, ne? Achso. Was? Diesen einen Lakaien von dieser Schildkröte? Ich hab jetzt gar nichts. Aber noch haben wir die Oberhand. Äh. 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 Achso. Warum bist du so kaputt? Darf ich jetzt draufspringen? Ja. Ich war mir da gerade nicht so schlüssig. Hahaha. Oh boy. Aha. Alles muss man selber machen. Äh. Checkpoint? Checkpoint. Am wenigstens etwas. Ah, es geht weiter. Na gut. Äh. Unst, unst, unst. Noch ein Remix von der, von der, von der Musik. Oh God, it's Koibi again. Äh. Das interessiert ihn überhaupt nicht. Achso. Das schon. Na gut, von mir aus. Hep. Ah, Moment. Ah, Moment. Uh, nichts für live. Halt. Stopp. Okay. Hep. Äh. Wow. Also, ich verstehe, wie die sich bewegen, glaube ich. Also. Verstehen das, glaube ich, ein bisschen zu viel gesagt, aber ich weiß ungefähr, was sie tun. Na komm, verwege dich. Ah, Mist, das ist doch blöd. Ah, Mist, das ist doch blöd. Aber das kriegen wir alles auf die Reihe. Wär ja gelacht. Wär ja gelacht. So. Ups. Na komm. Wups. Okay. Trau mal nimmer. Das X for life nehme ich mir allerdings nochmal mit. Hi. Kann ich da eigentlich? Ja. Ich glaube, das sind Spineys. Könnte mir das sein. Also Original. Okay. Gehen wir da hoch. Alles gut. So, jetzt kommt wieder hier der interessante Part. Nice. Weg mit euch. Uh, was ist denn das? Aha, ich verstehe. Noch ne Eisblume. Nee. Komm, ich bin da am sinnvollsten hin. So. Sehr nice. Oh. Oh. Zwei Boom-Booms. Wie sie am Boom-Rutschen sind hier. Das war irgendwo. Nee. Ach, die sind auch vom Wrap-Around getroffen. Ich verstehe. Einer da unten. Oh, und der andere sollte jetzt eigentlich kein Problem mehr darstellen. Nice. Ja, komm. Ponk. Uh. Das hat was, das hat was tatsächlich vom, 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 vom Original Kirby Games. Muss ich gerade mal so sagen. Das finde ich, finde ich gut. Ich weiß noch nicht, was die ganzen Kirby's hier machen. Warum wollen die mich alle tot sehen? Was ist deren Problem? Was? Du hast es tatsächlich hier hoch geschafft? Nö, nö. Triff dein meistens ist da. Ähm. Ah. Ich bewerfe ihn mit Waddle-Dos. Okay. Das war nicht gut. Was? Das Ding hat mich... Okay. Ich habe das Gefühl, das hier ist ein ziemlicher Safe-Spot. Ich habe auch das Gefühl, ich kann nicht richtig treffen. Komm schon, please. What the fuck? Ich glaube nicht, dass das so gedacht war. Na, von mir aus. Soll mir recht sein. Aber ja, es gibt einen ziemlich, ziemlich krassen Safe-Spot hier. Wie geht denn das Ding hier überhaupt? Ah, er steht wieder mittig. Ist das jetzt wieder das Gleiche? Kann ich das bitte nochmal machen? Ich fand das gut. Ah, jetzt muss ich... Jetzt muss ich... Jetzt muss ich... Jetzt muss ich ein paar Bombs werfen. Glaube ich. Ähm. So. Ponk. Ja, das geht ganz gut. Einfach hier auf den Rand legen, quasi. Huch. Nein, nicht abprallen. Oh. Bob-omb, please. Wir können ja mal abdancen. So. Jetzt reicht es mir langsam mit dem Ding. Na gut. Er hat zugelernt, hat er immer noch nicht. Ähm. Ähm. Ah, ich verstehe. Okay. Ich kann nicht mehr einfach an meinen Safe-Spot gehen. Na, von mir aus. I. Hm. Tch. Uh, uh. Ja, uh, uh. Okay. Bonk. Wow, das Mutti-Hit. Ha, 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 ha. Ob das auch so gedacht war? Ich weiß ja nicht. Hm. Okay. So Wie gemein Muss ich ein neues holen Na komm So Genug, dieses Ding tappt nicht die Winzen, die ich dafür stehen Wusste, dann halt auf die altmodische Weise Ah, ich verstehe Donk Mit epischer Boho Hoho, Sieg Kommen die wieder, bitte Vielleicht Nee Soll ich jetzt echt über den drüber springen Na von mir aus Da, aha Donk Wahrscheinlich jetzt auf der anderen Seite wieder, ne Okay So, komm schon Spring Spring Voll reingejumpt Komm, spring Aha, das war zu viel Und da war noch ne Textbox, die ich nicht gelesen hab Okay Und natürlich wieder Credits Gut, ja, das war, ähm Grundsätzlich vom Level her war's recht nett Ähm Bisschen anspruchsvoller Ich weiß nicht, warum Was du mit Kai so schwer meintest Denn Ne Und Äh Weiß nicht, warum man da zwingend alternatives Rennen für brauchen sollte Ähm Aber war ganz nett gemacht Das große Problem waren die Hitboxen Die haben nämlich Hinten und vorne nicht gepasst Leider Aber ansonsten war es sehr nett Und er wird sagen Das war's von meiner Seite aus hier Ich hoffe, dass das weiteres wird gefallen Verzehrt, abonniert, kommentiert und gut bewertet Und wir sehen uns beim nächsten Mal Bis dahin